So lange es für die Wissenschaft passiert, ist scheinbar alles in Ordnung und alles erlaubt. Das war jedenfalls in den vergangenen Jahrzehnten scheinbar häufig die Ansicht bei so manchem grauenhaften und verstörenden Experiment gewesen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden auf der ganzen Welt die unterschiedlichsten grausamen Experimente durchgeführt. Experimente an Tieren, wo Tiere gestorben sind, verstümmelt wurden oder verstört gewesen sind oder auch direkt Experimente an Menschen. Es gab eigentlich alles, was man sich vorstellen könnte. Und heute wollen wir eben über ein weiteres schreckliches Experiment reden, welches an einem Baby durchgeführt wurde. Ein Experiment, das im Jahr 1920 stattgefunden hat und welches bis heute immer noch hoch fragwürdig ist. Es geht nämlich um das Little Albert Experiment, das Experiment des kleinen Alberts. Und dieses Experiment, welches damals im Deckmantel der Wissenschaft durchgeführt wurde, ist so schlimm, dass man es sich kaum vorstellen mag. Denn ihr müsst wissen, es gab damals eine Beobachtung. Wenn man verschiedensten Kindern die unterschiedlichsten Dinge gezeigt hat, zeigte sich, dass manche Kinder unnatürliche Ängste hatten. Manche Kinder hatten Angst vor Hunden, während andere sie einfach streichen wollten. Manche Kinder fürchteten sich vor Feuer oder vor Masken. Kinder hatten letztendlich vor den unterschiedlichsten Dingen einfach von Grund auf Angst. Und eine Angst, die ein Kind schon hat, kann man sehr leicht schüren. Wenn beispielsweise ein Kind Angst vor einer Maske hat, dann kann man diese Maske aufsetzen, um dem Kind noch mehr Angst zu machen. Die Frage, um die es allerdings hier in diesem Experiment geht, ist, kann man ein Kind eine Angst erzeugen lassen, die es vorher nicht gehabt hatte? Sprich, kann man künstlich eine Angst in ein Kind einpflanzen, welche ein Leben lang hält? Und eben das war der Sinn, beziehungsweise das war das Ziel des Little Albert Experiments. Dieses Experiment wurde im Jahr 1920 von John B. Watson durchgeführt. Watson hatte eben als Ziel gehabt, zu beweisen, dass er es schafft, einem Kind solche Angstzustände beizubringen, einem Kind also eine eigene Phobie zuzufügen. Und dafür kam er auf einmal mit einem Kind daher, das Little Albert hieß, also der kleine Albert. Dies war ein neun Monate altes Baby. Und bereits hier kommen wir eben zu der ersten großen Frage, die sich hier auftut. Denn bis heute ist nie genau geklärt worden, wie Watson denn an dieses Kind kam, wie Watson es geschafft hat, dieses Kind für sein Experiment zu bekommen. Denn welche Mutter würde freiwillig ihr Kind abgeben, damit man an diesem Kind Experimente durchführt, die das gesamte Leben des Kindes zur Hölle machen können? Und es gibt einige Theorien, wie Watson das geschafft hat. Eine Theorie ist, dass er eben durch Beziehungen das Ganze geschafft hat, oder dass er dieser Mutter Geld gegeben hat, dafür, dass sie ihr Kind zur Wissenschaft freigibt. Und eine der wahrscheinlichsten oder eine der meistgeglaubten Theorien ist, dass die Mutter von dem Kind überhaupt nicht wusste, dass das Kind Teil von solchen Experimenten war. Sprich, dass Watson dieses Kind nicht gestohlen hat, aber es immer wieder einfach mitnahm für seine Experimente, ohne dass die Mutter darüber informiert wurde. Sprich, man könnte es quasi eine Entführung des Kindes nennen. Gehen wir nun also einmal davon aus, er hat dieses Kind einfach so bekommen. Und dieses Kind, Little Albert, das neun Monate alte Kind, war nun sein Testsubjekt. Das Experiment lief wie folgt ab. Albert saß einfach nur da, und dann wurden ihm die unterschiedlichsten Dinge gezeigt. Zunächst kam ein Hund rein, dann zeigte man ihm ein Kaninchen, man zeigte ihm einen Affen, man zeigte ihm menschliche Masken mit und ohne Haaren, oder auch zum Beispiel andere Dinge, wie eine brennende Zeitung. Man wollte gucken, wovor dieses Kind bereits Ängste hatte. Und was sich dann herausstellte, war, dass Little Albert scheinbar vor überhaupt nichts Angst hatte. Weder der Hund, noch der Affe, noch der Hase fürchteten ihn. Er hatte auch keine Angst vor dem Feuer, egal was man Little Albert zeigte. Er wollte es gerne anfassen, immer schreckte er seine Hand neugierig aus. Dieses Kind hatte also zuvor keine Phobien. Und das war eben perfekt gewesen für dieses Experiment. Denn wenn man ein scheinbar furchtloses Kind hat, dann kann man herausfinden, ob man es schafft, wirklich eine Phobie in dieses Kind reinfahren zu lassen. Und dies schafften sie, indem sie tatsächlich eine Sache herausfanden. Denn auch wenn Albert keine Angst vor all diesen Objekten und Tieren hatte, hatte er Angst vor einer anderen Sache. Denn sie hatten eine Metallstange, die von der Decke gehangen war und dort schlugen sie mit einem Hammer gegen. Dadurch kam ein sehr lautes, metallisch klirrendes Geräusch und eben dieses laute Geräusch sorgte dafür, dass Albert Angst bekam. Dieses Geräusch von eben dieser vibrierenden Stange, die geschlagen wurde, sorgte dafür, dass Albert zusammenzuckte, dass er eben nervöser wurde und auch Anzeichen von wirklich Panik zeigte. Und da sie nun etwas gefunden hatten, wovor dieses Kind Angst hatte, konnten sie das Experiment starten. Denn nun wollten sie eben verknüpfen, die Dinge, die er nicht gruselig findet und die, die Albert gruselig fand. Und so zeigten sie ihm einen Hund. Der Hund war weiterhin für Albert interessant. Er hatte keine Angst vor Hunden, er wollte den Hund streicheln, er wollte ihn anfassen. Doch immer dann, wenn Albert den Hund anfasste, haute ein Mitarbeiter mit einem Hammer gegen die Metallstange. Somit verknüpfte Albert irgendwann die Berührung des Hundes mit dem ängstlich machenden, laut klingenden Geräusch dieser Stange, sprich mit dem, wovor er eigentlich Angst hatte. Schon nach zwei bis dreimal Anfassen des Hundes bekam Albert Angst und wollte den Hund nicht mehr berühren. So schnell konnte dieses kleine Kind eben diese Verknüpfung herstellen, dass immer, wenn er den Hund berühren wird, etwas Schreckliches und Gruseliges passieren wird. Man muss sagen, dass wenn einige Zeit dieses Experiment nicht mehr durchgeführt wurde, Albert zu Beginn die Angst relativ verlor. Man konnte es allerdings relativ schnell wiederholen, sprich einmal die Angst in ihn reingelassen zu haben, hat dafür gesorgt, dass man bei jedem weiteren Experiment immer und immer schneller diese Angst wieder hervorrufen konnte. Und das Experiment, so grausam es ist, hatte tatsächlich für Watson Erfolg gehabt. Denn nicht nur, dass Albert Angst vor diesem Hund hatte, er hatte auch Angst vor allen anderen Dingen, die er mit diesem Hund verknüpfte. Der Affe und der Hase machten ihm mittlerweile auch Angst, und zwar, weil sie Fell hatten. Weil dieses Fell, diese Berührung des Fells, ihn an diese Stange und dieses Geräusch erinnerten. Das war für ihn das Gleiche, wie als wenn er den Hund angefasst hat. Gleichermaßen machten nur noch andere Dinge Albert Angst, zum Beispiel nur Fell macht ihm Angst, eine Wollmütze machte ihn Angst, oder auch eine Weihnachtsmann-Maske, weil diese Maske einen Bart hatte, und dieser Bart erinnerte ihn an Fell. Sprich, Albert, der zuvor keinerlei Ängste gehabt hat, dieses Kind, welches völlig normal und glücklich gewesen ist, wurde dann durch dieses fragwürdige Experiment dazu gebracht, dass er eine Panik vor jeglichem Haar, beziehungsweise vor jeglichem Fell, Angst bekam. Sprich, in ihm wurde die Phobie hineingepflanzt, dass er vor Dingen Angst hatte. Nun kommen wir aber noch zu einer weiteren Sache. Denn, wenn man jetzt diese Angst, diese Phobie, in ihn gebracht hat, müsste man ja schlussendlich bei diesem Experiment auch versuchen, dass diese Angst wieder aus ihm rauskommt. Man müsste ja versuchen, als Wissenschaftler, dieses Kind auch wieder zu heilen. Doch das hat Watson nicht gemacht. Als Albert diese Phobie entwickelt hat, als dieses Kind, also diese Angststörungen, bekam, war das Experiment abgeschlossen, und Albert wurde nicht mehr gebraucht. Albert wurde danach wieder ganz normal zu seiner Mutter zurückgegeben, und das war die Geschichte von Albert. Bis heute weiß niemand, was aus Albert jemals geworden ist. Watson hatte am Ende seines Experiments herausgefunden, dass höchstwahrscheinlich das, was er dem Kind zugefügt hat, dass diese Angststörung etwas Dauerhaftes ist. Sprich, dass Albert sein Leben lang davon geplagt sein wird, dass er quasi vor jeglichen Tieren, vor jeglichem Fell, Angst haben wird. Sprich, er hat festgestellt, beziehungsweise für sich geschlussfolgert, dass er höchstwahrscheinlich das Leben von Albert nachträglich ruiniert hat. Albert, ein Baby, welches kein Mitspracherecht hatte, welches nicht gesagt hat, es möchte diese Experimente durchführen, es möchte teilhaben, sondern ein völlig gesundes Baby, das einfach seiner Mutter weggenommen wurde, um an dem Baby Experimente durchzuführen, wurde nun auch wahrscheinlich nach Watson im Erwachsenenalter davon gequält. Man muss sagen, dass auch wenn Watson dies eben festhielt, als seine große Erkenntnis, sein gesamtes Experiment auch noch von einer anderen Seite aus sehr umstritten ist. Denn nicht nur, dass es ethisch mehr als fragwürdig ist, und außerdem ist es überhaupt nicht fundiert. Er hat es ein einziges Mal ausprobiert, und es hat ein einziges Mal geklappt, aber ein einziger Erfolg bedeutet nicht, dass wir eine Regel haben. Dies kann alles nur ein einzelner Vorfall gewesen sein, nichts Besonderes. Gleichermaßen kann es genauso gut sein, dass Albert bereits kurz nachdem er fertig war mit diesem Experiment, seine Angststörung wieder verloren hat, sprich, dass es nicht dauerhaft gewesen ist. Doch letztendlich wissen wir das nicht. Zu Lebzeiten war Albert nie wieder an die Öffentlichkeit gegangen. Zu Lebzeiten hat niemand mehr gewusst, wer dieser Albert ist, und ihn ausfindig machen können. Es gab zwei Kandidaten, wo es eben Albert hätte sein können. Der eine starb 2006 und der andere 2007, ohne jemals darüber gesprochen zu haben, ob diese Personen Angststörungen hatten. Bis heute sind viele Fragen bei diesem Experiment immer noch offen geblieben. Fragen, was aus Albert geworden ist, ob er diese Angststörung behalten hat, wie Albert überhaupt Teil dieser Experimente wurden, und vor allem auch, wer Albert war. Denn bis heute weiß niemand, ob Albert überhaupt sein richtiger Name gewesen ist. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.